Ja, es macht wahnsinnig viel Spaß. Das Stadion hier in Aachen, das war schon immer irgendwo mit das Größte, wo man im Jahr geritten ist, auch von den Zuschauern her. Und wenn die Menschen dann so mitfiebern wie hier in Aachen und auch einfach die Fachkenntnis haben, dann macht das einfach wahnsinnig viel Spaß und Freude dann auch mit Totilas hier an den Start zu gehen.